Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Roach Legacy. Heute mal wieder, ich hab die Woche es echt nicht geschafft, das aufzunehmen. Tut mir fürchterlich leid, wir haben 54 Gold, wir können direkt mal rein, wir sind riesig. Äh, das wusste ich alles gar nicht mehr. Nun ja. Ich hab auch gerade noch, ich wollte eigentlich schon für Frühjahr aufnehmen, wir haben es gerade so 16.48, mal gucken, ob ich die Folge für heute noch rauskriege. Hm, mal gucken. Ähm, ja. So, äh, was wollte ich denn sagen? Haben wir keinen Doppelsprung mehr? Doch, haben wir. Äh, ich hab eben noch, äh, Sleeping Dogs gespielt, ich hab mir jetzt im Steam Summer Sale, hab ich ja ordentlich zugeschlagen. Äh, zum Beispiel jetzt Max Payne 3 und, ja, Sleeping Dogs und GTA 4 und heilige Scheiße, so viele Spiele hab ich mir gekauft. What the fuck, sogar Surgeon Simulator. Ja. Äh, ähm, mal gucken, äh, ein paar World Spaces werden davon schon kommen. Ähm, äh, muss ich doch mal schauen, ob ich das alles zur Zeit nicht schaffe. Wenn jetzt 4 vorbei ist, kommt wahrscheinlich ein ziemlich verarschendes Spiel. Ich hab doch noch einen Dash, Mann. Aua. What the? Ah, ich werd zurückgeschleudert. Oder, wie? Warte, ich hab nur noch 61 HP von 215. Wollt ihr mich einfach ficken? Äh. Brauch ich mal so ein Gold-Upgrade oder so, aber das kostet auch wieder so viel und bis dahin sterbe ich ja immer. So viel Gold krieg ich nie. Lol. Ja, okay. Der Charakter war auch irgendwie scheiße. Mal gucken, was wir so klingen. Nur Karge, das passt mir eigentlich ganz gut. So, 324 Gold können wir nicht viel mit anfangen, aber wir könnten mal... Oh, mhm. Hm, mhm. Hm, mhm, 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 mhm. Naja, gut, da können wir die dann auflassen. Vergiss mein Handy auszumachen. Schöne Scheiße. Gehst du aus, Handy? Hallo? Äh, oder wenigstens, stumm. So. Ähm, die haben wir nicht. Könnten wir machen, brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht. Nee, eigentlich müssten wir das alles so lassen. Wir haben auch keine Vampirismus-Dinger mehr. Das ist natürlich ein bisschen... Nee. Wir sind, wir müssen dringend den, den Weight upgraden. Also, die, das Gewicht. Weil so können wir nicht viel machen. Ähm, Mokage machen wir natürlich ordentlich Schaden, aber Schaden müssen wir auch nochmal upgraden, damit wir dann irgendwann mal den ersten Boss machen können. Obwohl 87 Schaden ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Das heißt eigentlich nicht für die meisten Gegner One-Hit. Aber halt auch nur für die meisten und nicht alle. So. Bisschen Gold. Nehmen wir mal hier runter. Wow. That was too fast. Alter. Was sind denn das für Räume? Wer wohnt denn hier? Na, so. Immer nur so dieses kleine Scheißzeug, ey. Ah. Alter. Verarschen. Naja. Los. Alles tot. Tot, 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 tot. Töten. Lol. Na. Du wirst mir doch nicht gefährlich. Ui, ui, ui. Ich muss mal das... Kann ich das einfach so verschieben? Moment. Ja, theoretisch schon. So. Dann kann ich nämlich ja das Aufnahmprogramm nebenher sehen. Und weiß, wie lange ich aufnehme. Geht's hier weiter? Ne. Äh. Da runter geht's. Ist klar. Ist klar. Oh, scheiß Räume, ey. So. Haben wir den. Ich hab nichts gesagt. Ich hab mich nicht beschwert. Aua. So ne... Schöne... Äh. Äh. Moment mal. Also den krieg ich definitiv so down. Ja, wenn ich mich nicht treffen lassen würde. Wenn ich nicht ganz so blöd wäre. Oh, das geht einfach. So. Alter. Willst du mich... Alter. Willst du mich komplett verarschen? Willst du mich komplett... Da draußen sind schon die Krähen, Alter. Mann, 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 Mann. Das kann doch nicht wahr sein, Junge. Wir können uns gar nichts leisten. Nö. Schöne Scheiße. Yay. Wir haben keine Lebensanzeige. Super. Ne. Egal. Machen wir trotzdem. Au. Äh. Äh. Nearsighted ist irgendwie scheiße. Prässe. Prässe. What the Wow Sehen wir deine Lebensanzeige nicht Das nervt mich gerade ein bisschen Defeat all enemies Du bist ein Arschloch spielt Ich hasse dich Manchmal schreit es einen aber auch Ja Hilfe So Ich laufe auch noch rein Ich sage stehen bleiben Charakter Dann bleibst du bitte stehen hier Ansonsten fail ich hier nämlich rum Das ist nicht schön Ah Gottes Willen Ah Hilfe Was macht die Oh geil Jetzt können wir ja mal ein bisschen Gold sammeln Jetzt müssen wir nämlich beim nächsten Eintritt Kein Gold Zahle Was ist da los Raus hier Aber ernsthaft Wer Designt solche Räume Mann In den Wald wollte ich gar nicht Wobei man da gut Gold sammeln könnte Theoretisch Raus hier Raus hier Raus hier Wir können jetzt auch einfach nochmal zurück teleportieren Ne wir können es nicht teleportieren Okay Okay Nehmen nicht Seien bald hier Gold Wenn wir dafür noch viel zu schwach sind Hol mit 100 Fast 100 Schaden 87 Kommt man hier eigentlich auch schon ganz gut Voran So Hier wird hier ein bisschen Gold für mich Naja Leere Räume Nein Na Blöd Das ist Gold Despawnt Nerdy Glasses Na gut Jetzt habe ich das ausgetauscht Das war ein bisschen Nun ja Lol Ja Ne So Ferti Oh wir sammeln ganz gut Gold Fällt mir gerade so auf Nerdy Glasses Das zeigt diese Zeigt das die Räume Ich weiß es gar nicht Naja Jedenfalls gehen wir mal da rüber Ne also die Räume zeigt es nicht an Wo wir vielleicht noch hin könnten Toll Jetzt haben wir nur die Nerdy Glasses gehabt Jetzt können wir Na Hätte ich machen das Children's Oval Bäh Da Bäh Egal Wir machen Äh Äh Equip ab Und gucken Ob wir uns hier noch was leisten können Plus 15 Ja das geht doch Nehmen wir das Blutschwert Damage Plus 87 Naja Aber dann haben wir noch ein Vampirismus Effekt Nehmen wir das mit Dann haben wir das rote Schwert So Äh Das will ich nicht Nein Wir gehen hier rein Und schauen mal Und schauen mal was uns da So wie heute erwartet Mit unserem Mega Hokage Der nur noch 111 HP hat Aber dafür ein Vampirismus Effekt Und 4 HP wieder bekommt Wenn er nicht dauernd sterben würde Alter Was für ein scheiß Raum Spring Danke Jetzt furzt er hier auch noch What the fuck Okay Okay Alles Alles cool Hab alles unter Kontrolle Naja ein bisschen gold Wenigstens Auch wenn es nicht viel war Nö 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 Einfach Nö Verfickte Fick Kiste Bin ich so schlecht Oder tue ich nur so Okay Gut hier oben ist gar nichts Ich mag solche Treuräume irgendwie Die geben mir das Gefühl Dass Spiele immer noch das sind Was sie mal waren Dann kommst du vor Okay Hat zwar eh nichts gedroppt Aber wenigstens tot Da unten können wir Wow das war Glück Hm Ähm Wow Okay Den haben wir Den haben wir Joa also eigentlich ist es alles ziemlich One hit One hit Hit me baby One more time So ich muss noch die Folge Hier ist der Boss In der nächsten Folge probieren wir den Boss Auch wenn wir es nicht schaffen Ist aber egal Ihr wisst Ihr wisst ja Wie es ist Gut schlecht Bis zum nächsten Mal Übers鉄塔 Ich lasse